um hebel umlegen okay es sind wieder nicht geradeher gekommen du solltest du den hund kein ausgegangen habe ich nicht ich habe mit farbe rum gespielt und du musst immer alles gleich kaputt machen ja das kommt nicht durch bringt es da kann ich das umgehen tiere hallo wo tiere aber wie süß aber das sieht ziemlich abgemagert aus das kleine ist die riesig neben die nach jahr die krisen hatte krisen hat er wo akkuin die noch weiter hier sie die bekümmel sich keine mehr umgehen ach nee nachdem ich höre hunde naja sind das unsere freunde nein der rote augen hat die ziege auch roter hat sie nicht labortiere lang wo sie eingesperrt sind aber ich kann kräuter nicht aktivieren ich kann die kräuter nicht aktivieren ja nee ist klar ein käfig für die tiere bov forschung irgendwas halt hallo au ähm macht ja sowas was ich höre hunde oder na den haben wir weggefetzt fliegen bleiben fliegen bleiben wie viel halten diese viecher aus anscheinend nicht besonders viel kann wir da nicht gerade raus ne kommen wir nicht nein das ist ein anderer weg ok wollen wir ach so durch die tür nehme ich an natürlich muss ich wieder hier so umdrehen weil irgendjemand das Ding hat schon einsperren wollte du glaubst doch nicht dass ich mir an diesem ding die finger schmutzig mache ja ist ja gut und einfach geht die tür zu ich glaub ich ein neues spielzeug für dich glaub ich au ja quietsche entchen mhm was ähnliches da im koffer ähm problemchen warte mal du kriegst warte ich benutze einfach mal ok kann ich rotes grau nehmen kombinieren und dann kannst du mir was rüber geben fang kann hat er was er kann und nimm mir noch ein spielzeug ok jaaa wuuu das sieht nach einem hab ich so ein ding nicht schon ne ak ist das ja aber ne mg ja das ist ein maschinengewehr das ist ein anderes maschinengewehr aber das andere habe ich jetzt aufgerüstet warum sagst du mir nicht dass ich sowas vorher kriege ich dann wuhh ein safe das ist eins der bewachungsraum die motore scheinen aber nicht zu funktionieren achso stromausfall aber hier ist noch ein safe ja da stand ich gerade vor das ist davon wenn du mal vielleicht sterben wir ja dann kannst du das noch ausrüsten wir verhalten uns übrigens auch sehr sehr oh munition ich kann das nicht aufheben das ist hui kann ich das nein ja doch kann ich wohl ich betätige mal ne ich glaub das eww was hab ich gemacht guck mal durch die fette da oben wo hast du ich denn einfach noch soll ich wieder ausmachen kann ich das kannst du ja mach mal mach mal wieder aus ne kann ich nicht scheiße hab ich dir jetzt vorgewarnt wieso kann ich denn nicht ich glaube es ist egal nö wir haben ja nicht sei leise rennen als ob ich rennen würde aber ich danke dir dass du mich einfach eiskalt hier lässt einfach nur einmal F drücken nicht genau nicht aufbrechen was haben wir hier Gott Mord und Totschlag oh oh nicht gut ähm wer hat die Tür verbeult gleich rennen ich weiß nicht ehrlich nicht wo müssen wir hin typisch ich muss auf den Fahrstuhl warten ich mach kaputt ne äh äh die musst du aufheben oah ich will ja nichts sagen aber ich hab hier einen was kommt warum hörst du denn oh scheiße wann kommt das Ding denn endlich es ist fast da komm ah fuck renate kam gut ja sehr gut rein hier äh Hilfe 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 rein hier komm 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 rein mit dir ah verdammt komm rein oh ich hab dich hast du nicht gefunden brauchst ne Brille hm ich trage ne Brille verlaub noch mal hehehe stärkere wir leben noch juhu können die runter kommen cool nehm mal erstmal was du brauchst und dann nehm ich mir da um die blauen toll die kann ich auch nicht aufheben warte komm mal hier ich hab granaten ok brauchst du noch heilungsmittel nein 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 sieht aus wie ein labor oder oh ja großes labor big big lab wer baut sowas Umbrella was zum Teufel ist das der Todesstern ich rede nicht von dem ich stehe ich rede von den Kuppeln die an den Seiten hängen sind das alles Zombies nicht so viele Zombies hoppala waren wir das? us uh us immer hat ein höschen an hauahm und ins unendliche we haben wir und das aufschlag so ist Das war's für heute. Jill! Es bewegt sich! Vielleicht bringen wir es jetzt auf die Höhe, wo das ist. Wir sind gelandet! Existinar! Was zur Hölle? Ich dachte, wir hätten das getötet. Äh, das ist was anderes, glaube ich. Ja, sehe ich gerade auch. Das ist ein Träb. Deine Mutter! Ähm... Ich will ja nichts sagen, aber wo... Aua! Dankeschön! Muss man drauf treffen. Na, 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 na. Bring weglaufen hier irgendwas? Mach das München auf! Ui! Äh, Beine zielen! Ich dachte, wir müssen in den Mond schießen! Oh, es hat Beine! Aber dann fällt es runter, glaube ich. Halt still! Geht so hektisch! Na? Na? Wenn das mal stehen bleibt... Oh, ich wollte stehen möchte ich nicht! Dann... Macht Dauer! Ähm... Liegt das jetzt? Genau! Granate! Das ist übrigens ein Special-Ding! Ich muss einfach rausfinden! Erstmal haben wir die Waffe jeweils zu töten! Jetzt können wir ihm direkt ins Hirn schießen! Das ist jetzt awesome! Ach, du hast ihm das Gehirn rausgesprengt! Nein, Uwe! Verkommt was! Ah! Dann halt die hier in Decke! Was ist denn? Was ist denn? Hier! Out! Hier! Ähm... Wie geht's? Er fährt sich fort! Äh... Du hörn da nicht immer zwei zu? Scheinbar nicht! Ich will doch nur dein Gehirn haben! Oh! Schau mal die in die Mund! Oh! Weder hat er eine harte Schiedeldecke oder ich weiß... Oh, da ist er runtergefallen! Na, na! Uh! Uh! Es gibt Munition! Es gibt Munition! Aua! Komm! Steh auf Chris! Steh auf! Wieso? Ich steh doch vor dem Ding! Okay, okay! Und... Komm! Granade! Not one bite like that! Ich glaub es tut weh! Aber nur ein bisschen! Ich glaub nicht was das vorher war! Ui! Es gibt ein Crab! Äh... Crab, ja! Ich geh Traps und ein Crab! Mr. Crab! Wer? Au! Der hampelt zu viel! Der hampelt zu viel! Da treff ich ja nicht mal was! Wow! Au! Kann doch auch mit so hampeln! Ähm... Aua! Ich kann nicht reagieren langer! Das ist das Schlimme wenn er... Oh! Ich bin schon weg! Ich bin schon weg! Wo ist er denn? Da! Ich schieße auf den Ty's Threadlock! Ich habe... ...ein Problem! Macht nichts! Ich habe noch keine Ahnung! Genau! Yay! 3-7-8! Hoppala! Runtergefeilt! Runtergef... Rittergefohlen! Es ist nie klar wie tief das ist! Komm doch nie unten an! Komm Schiene raus! Er kämpft gegen Godzilla! Und jetzt haben wir auf einmal wieder... Ich mein Japan! Äh... Ich meine... Guckst du jetzt immer noch in Japan? Wenn ich... Ich schiene... Yay! Jetzt kriegen wir Jill zurück! Die ist aber weit unten! Es ist eine Reise! Es ist eine Reise! Verdammt! Wo ist sie? Herr Redfield! Wie schön, dass du endlich mit deinem Beobacht hast! Oh! Du bist so? Stella Ghionna! Sie arbeitet mit Tricell! Schön! Du hast deine Arbeit gemacht! Ein Officer in der Global Pharmaceutical Consortium! Warum? Ha! As if I need to explain myself to you! Although... Weren't you two given orders to retreat? So it was you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here with throwing your life away for you. She's lying! She knows something! It's time we get some answers! She's lying! She knows something! She's lying! It's time we get some answers! пр vistohole Wo tiefere in Geoff في 하 hosted Wobei da einer entsorgt wurde und sie sollte geöffnet werden. Und.. Du hast ein besseres Präsentions an sich! Ha! Geil! Da fährst du mehr Gegner bis jetzt. Es waren ja kaum Gegnerin so mehr.. Das ist im selben rang wie ich. Excellent! Wie nächstes hab ich meinen rang! Kaufen. Achso, ich das Maschinengewehr hole. Ich ne? Maschinengewehr? Die AK. Es ist in den Shop verfügbar. Achso. Maschinengewehr. Die haben wir nicht gekriegt. Na, 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 na? Kann ich? Ja, ich verbessere die mal. Damit ich wieder... Na. Volle Muni ab mit der. Die AK lege ich wieder weg, ne? Weil die andere habe ich so aufgerüstet. Ich werde nicht mehr. Ja, ich werde voll Muni ab. Das wird sich aber, glaube ich, im nächsten Level ändern. Weil die Granaten weggegeben, wenn ich ein freies Fach habe. Ja. Ähm... Entfernen. So. Ich lass mal bei mir schön... Meine Güte, hast du Sachen bei dir drin. Du platzt ja bald aus allen Nähten. Ich bin okay. Die sind ein bisschen schulder. Ja, okay, du platzt aus allen Nähten. Ich weiß Bescheid.